Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin dafür auf dir gemacht ein Ticket und heute habe ich das Spiel Dragon Caps Abenteuer. Ich starte das Spiel. Viel Spaß! Ja, jetzt geht es los. Ich mache Vollbild rein, Sound ist an, Vollbild rein und dann warten wir noch mal kurz. Da ist Halloween-Party, okay. Da ist mein eine Account, der andere ist hier irgendwie weg, mal wieder. Ich glaube, ich muss mal hier immer speichern, ne? Bei Facebook. Speichern wir mal, zack. Ach, ne, da ist er doch. 6, 1, 9, 3. Ich muss mir mal aufschreiben, dass ich auf Speichern gehen muss. Da kann ich mein Account dann raussuchen. Und, naja, ich habe ihn auf jeden Fall wieder. Jawoll. Komm schon. Babababam. Oh, chill. Gut, dann haben wir jetzt das alles. Da ist ein Geschenk. Spielen wir mal das Glücksrad. Drücklassen. Und go. Kriege ich mal ein Hauptgewinn? Kriege ich immer so selten. Bitte, bitte ein Gewinn. Ich sage mal, die Energie, die ich kriege, das ist Trostpreis. Kein Hauptgewinn. Und noch mal draufgedrückt. Nee, nee, nee. Mein Gratisgeschenk. Holz. Was ist das hier? Okay. Ach so, das ist die Expedition. Ach so, das ist die Expedition. Gut, 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 gut. Jetzt haben wir den hier Rekorder. Da ist die Tür drin. Wow. Da war einfach eine Tür unterm Berg. Da war es nicht so, dass die Tür drin. Da ist eine Kiste hinter. Eigentlich ist der Zaun. Ein Wanderer, wie lange bist denn schon da? Okay, und durch. Ist hier unten noch. Ach ne, da. Da ist eine Tür. Oh, da haben wir noch drei. Läger. Oh, das ist ein Räger. Das ist ein Räger. Oh, das ist ein Räger. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das muss ich hier machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Minecraft, yeah! Oh, das muss ich hier machen. Okay, ich habe keine Spitzachse mehr. So, eine Mist, was mache ich denn jetzt? Ein Master Drachenwelpen. Liegt hier denn noch mehr Müll rum? Nee, doch da. Über der ganze Müll hier. Kann doch nicht wahr sein. Oh, schön, meine Arbeiter kommen. Da geht's noch weiter. Da geht's immer noch weiter. Und? Ja. Jawohl. Ach, da geht's immer noch weiter. Ja. Ja, nun hör auf, dich da so freuen. gut. Gut, dann geht's hier nochmal. Dankeschön. Schatz, 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 ganz viele Schätze. Wow. Regenbogen? Kann ich nicht verbauen? Gut. Dann haben wir das alles. Ähm. Boah, wir sind mit der Insel fertig. Boah, seit wie vielen Jahren bin ich da dran? Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich das angefangen das Spiel. Aber ich spiele sie auch nur, wenn ich das als Daily habe. Sonst nicht. Ah, ich habe irgendwo gelesen, man muss hier noch einen Code eingeben. Ich habe Angst, was passiert da? Da, 65 T denn. Okay. Ah. Abgelaufen. Zu spät. Tay – Na, da, da ja. Ich kann doch so noch alles weg machen. Einfach alles wegbomben hier. Das bringt nichts. So, alles weggebombt. Gut, gut, gut. Oh, da war was kombiniert. Wo war ich grad gewesen? Da, kombinieren. Da, 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 da. Die Daily ist fertig. Wie schön. Gut, 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 gut. Entfernte sechs Trümmelbaum, Trüffelbaum, Trüffelbaum, Trümmel. Ich bin auch schon im Trümmel. So. Ja. Da würde ich mal sagen, da haben wir die Insel soweit fertig. Ich hab jetzt auch fast kein Geld mehr. Ich hab jetzt noch hier die Queste auf der Insel. Ähm, da kann ich hier einmal kurz zu meiner Heimat gehen. Zu meiner Heimatstadt oder Heimatinsel. Wie auch immer. Zu meiner Heimat einfach. Und kann dort schnell mal die Sachen abholen. Sieht irgendwie größer aus wie sonst. Normal war hier immer. So wie hier. Steinrand. Die Kliebe. Die Kliebe. ganz rein. Hier. Der Leuchtturm war vorher unten gewesen. ok ist das schon ein bisschen länger jetzt so warum ich hier noch mal alles voller schatten oder Wolken Gut, 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 alles abgeholt, kann ich eine Quest abschließen von A bis A da stecke brauche ich vier stück 1 2 ich brauche bretter na gut na was auch bin ich bei hier brauche ich Brot zweimal Brot der Bäcker war hier oh, da brauche ich Teig ich brauche sogar zweimal Teig dafür so, sind am Pore sozieren ich sollte, glaube ich, die Dinger hier vorne erleben machen muss ich immer ganz über den ganzen Bildschirm scrollen mache ich beim nächsten Mal Umbaumaßnahmen Brot geht nicht also ich bin ja schon am Teig machen deswegen kann ich das Brot nicht machen Kuchen, der wird nämlich auch nicht gehen ich kann ja mal schauen ich glaube da fehlt was beim Kuchen und da geht auch nicht das Brot also nur noch den Lorn Kuchen Kuchen oder Karottekuchen oder Karottekuchen wo ist das? Wörnkuchen oh, einmal geht und jetzt brauche ich noch einmal Mais Mais kriege ich hierher also im Bearbeiten Bearbeitung ja dann sage ich mal, das war es für heute und beim nächsten Mal ja, okay, ich müsste erstmal hier alles frei machen dann kann ich das machen beim nächsten Mal probiere ich hier die Ecke frei zu machen damit ich hier die Häuser hinstellen kann und was ist eigentlich damit? Drachen 22 also wenn ich ein Stück kaufe kostet 22 und dann würden die anderen teurer automatisch ja, okay, gut Ben war das Spiel ich sage mal, Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen, wenn ihr noch nichts mehr war ihr seid bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao